herzlich willkommen zurück zur neuen folge von stadtland fluss beim letzten mal hat es ein bisschen länger gedauert die die woher dann zwei folgen geteilt ist wir machen jetzt nur sieben runden und ich stoppe immer zwei minuten uwe und dann ist ja noch mit da hat er unten geschrieben also wir können mal in chat schreiben wer wer ist das ganze durch ne ja das ist vielleicht wirklich nicht so doof dann der andere ist der daniel genau dann würde ich sagen geht's los in drei zwei eins so was für den fetisch und gott wort mit doppelten buchstaben ist es hintereinander oder ist das überhaupt mit drin das ist jetzt die frage was sag mal hintereinander ne ich sag mittendrinne oder ja klar ja aber aber die zählen bern feind und zählen doppelkönsinnahmen hat genau ja gut dann wird's schwer auf deutsch oder englisch ich lass einfach mal drin der könnte entscheiden kompliment wenn die zwei minuten rum sind drück ich dafür auf ne ein wort was auf fragezeichen endet im sinn des hessen nein wort was auf b endet ach so das sieht doch nochmal so einfach aus mit p enden unnötige superkraft erste tat als weltherrger wir haben jetzt höher aufgedrückt ja gut waren wir noch fertig gewesen klar ich hätte in zehn sekunden eh stopp gedrückt was ist denn betophil ja bitte viel ach scheiße das ist aber ne was denn hab mich verdrückt und es stimmt und zu sind das ist mir egal er ist das ein wort das abo und buchte sich über das beraten können nötig weil du bist alles worden das sind wir uns was auf Jeden Tag baden! Also ruhig bei! Braten kann jeder! Bier trinken! Was ist denn? Braten können falsch! Weil das jeder kann! Muss ne Superkraft sein! Das kann nicht jeder! Hättest du geschrieben Braten ohne Feuer! Ja das ist ja wohl klar! Das muss ne Superkraft sein! Aber wenn der Philipp nicht zustimmt, der bleibt zur Tonne! Was?! Warten! Ja gut! Ok warte ich drück sofort Stopp wenns losgeht! Jetztse! 10 Fetisch! Warte warte warte! Ne! Oder? C! Warte ist ja geschrien! Ach komm! Waffen mit C! Alter! Wort mit Doppelgebuchstaben da kann ich nichts hinschreien! Waffen mit C! Du musst mit C anfangen! Du musst mit C anfangen! Ja klar! Du scheiße so ne Scheißrunde! Ein Wort das oft endet kann ich ja ohne mit... Kann ich ja auch bloß mit... C muss das mit C anfangen und mit C enden! Das ist total das Bild! Ach schon! Haps! Waffen mit C! Was hat der Teile? 1,35 Waffen mit C! 5! Ne! Noch nicht Zeit! Was dann? Uwe! Ach ue! Ehh! Ehh wer ist denn... Was denn? Karamedi, Papo! Gut ist gut! Sag ich doch... Was! Games, Spiele, Chemie, Lasse 10! Was ist das denn? Ein Lernprogramm Nee Nee Chemie? Google das könntest bestimmt Was ist denn ein Claimor? Claimor sind die Dinger die du irgendwo auf den Boden setzen könnt Panzer Hier Chemie Klasse 10 für alle Das ist doch kein Spiel Das ist ein Lernprogramm Clusterkanal Und Frechheit Wart mit doppelten Buchstaben Koddy Clusterkanal, wirst du geschrieben? Weiß ich noch Was ist denn Chemie? Was? Wir können nichts verschreiben Das ist aber zu wenig War aber ne Zeit rum oder hat irgendjemand Ne Zeit war nicht rum Coca-Cola Coca-Cola Fack Conny Du brauchst einfach nur einen Namen hinschreiben Aus Nee, komm das Ziel Wer ist Conny? Ja klar, jeder kennt da einen Tee Ja, dann schick mir mal ein Bild von der heißt Conny Gut mach ich Chameleonspupsen Was? Chameleonspupsen 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 Eine Superkraft ist eine Superkraft, was jeder kann, aber im Endeffekt niemanden was Sinnvolles bringt. Ja, das ist eine unnötige Superkraft, die dir nichts bringt. Das bringt der nächste Kopierkraft. Im Endeffekt hat er recht. Ja. Und dann dein rotes Mal weg. Ich hab recht. Nee. Und Copy & Paste kann dir auch total als Weltherrschaft verändern. Das ist ja nicht falsch. Was denn Copy & Paste denn? Na dann Text Copy & Paste. Ja, das ist wirklich eine Angabe. Du hast das Computer tragen, aber das machst du weg. Warum denn Computer tragen? Ja. Er hat's schon Richard Lerner, das ist eine unnötige Superkraft. Das mit dem ersten Teil, das gleiche Herrscher kann ich ja verstehen. Aber Computer, ne unnötige Superkraft, da kann ich auch sonst was nehmen. Kann ich auch Kartoffelschein nehmen, da kann ich auch alles nehmen. Ja. Das Kartoffelschein ist praktisch. Das muss halt eine Superkraft sein. Ein Komei und Pups ist okay, das muss zu essen. Die ist mega unnötig, aber es ist eine Superkraft, weil es nicht jeder kann. Der hat's nicht nötig. Das ist meine Definition. Okay, weiter geht's. So, geht das hier die Buchstaben gerade langsam durch? A, B, C, D. O, A, B, C, D, und O, M, O. O,ış, Pups, Pups. A, B, C, D, O, O. Wort mit doppelten Buchstaben ist ja auch leicht. Ich bin ja schon Welthoffer. Dinger, die man jeden Tag machte, die, oh, oh. Kompliment mit dir? Ja. Wurft was auf D endet? Ja, und mit D anfängt, das ist ja das Schwerere. Zeit, warum? Dödel, das ist verbetisch. Auf Dödel, auf Dödel. Du ist es richtig, ist klar. Dödel, Dödel, was ist das für ein Kompliment? Na toll hast du es gemacht. Was ist denn das hier, das passt bei mir denn in die Zeile rein? Nein. Warte mal, ein Wort, das auf D endet, ist aber ohne D. Nee. Da musst du aufpassen, wenn das mal sowas mal überlust. Anna. Oh. Und an dir vor Lache ist ein Dödel bei dir. Für Frauen? Stimmt. Nee, find ich nicht richtig. Darum haben ja Frauen auch einen Dödel, Felix. Das ist nicht richtig. Ja, Diana, da kannst du Daniel hinschreiben. Geht's nicht, Diana, die britische Königin, die war auch gut aus. Ich muss noch eine König suchen. Ja, das ist doch in Ordnung, bestätige Ergebnis. Erst mal durch eine Weltherrschaft durch. Na gut, könnte ein harter Zug sein, kann man sich schon überraschen. Ja, Daniel, deine Taktik mit, jede Runde geht zwei Minuten in der Öff, jede Runde geht ungefähr vier Minuten. Ah. Allein die Runde dauert jetzt schon vier Minuten. Aber es geht schneller wie vorher. Ja. Wem warten wir denn jetzt gerade noch? Auf den Alex. Drei, zwei, eins, starten. Ein I? Ja. Das ist ein I, oder? Daniel, du hast eine Königin. Wurde? Ja, in der Gruppe. Ach, in der Gruppe. Wir brauchen echt mal noch eine andere Gruppe. Aha. Hast du ruhig gesucht hier, Google, Conny und Max? Ja, ruhig bei Facebook. Aha, gut. Ja, scheiße, ich schreib noch nix geschrieben, ne? Mir fällt doch nix ein. Was ist denn hier los? Mir fällt nix ein. Das ist 30 Sekunden so rum. Ach du Scheiße. 30 Sekunden? Mir fällt echt nix ein. War auch nix. Alter, das ist krank. Mir fällt gar nichts ein. Ich hab kein einziges Wort. So, schauen wir doch schon mal das mal. Wort, das auf I endet. Ich hab's in die. Läufe. Jetzt hab ich endlich mal die. Hab's in die. Ich hab's in die. Und das war's für B. Und das war's für euch. Er hat's für euch. Ich hab' die. games spiel mit i, doppelten buchstaben mit i, komziment mit i scheiße mir fällt echt nix an ja dinge die man jeden tag macht ich hab grad mal zwei wörter, das gibt's doch nix das ist doch scheiße, dass mir nix einfällt das ist immer wie blittefest das ist ne eipistole, ne da ist ne eipistole issel, wasen issel keine ahnung imi, ja was ist ein e-mail e-mail ist die nummer von deinem handy ich bin auf, was imi hinschreibt jede telefoninformation und da steht die e-mail nummer und die e-mail nummer ist, die hat jedes handy in der andere da kannst du rausfinden, welches handy du weißt ist interessant warte mal auf mit dem namen jetzt find ich hier schnell hinhergelegt ich bin hier schnell hinhergelegt intensiv die usa sagen kannst du da noch ein like dazugeben Ach ne, ich dachte es. Invertieren? Ja, klar, ja! Das Tier beim SPS programmiert ist quasi klar, invertieren! Mach das jetzt doch! Ich kann es in Ordnung. Habe ich das schon gemacht? Jaja! Schatz aus, mein Hut im SPS! Darum gewinnt ihr das Portofol, bis es zur nächsten Stelle! M! Hatten wir das nicht schon? M! Hatten wir noch nicht! Gibt es Mitten im Leben als Spiel? Mitten im Leben, heute mit ihren Assis vom Ort! Waffen! Waffen mit M! Waffen mit M! Waffen mit M! Waffen mit M! Also bei Ono Niervorlacher keine Damen, Namen mehr, also Namen. Nein. Scheiße. Keine Maximiliano. Mareike hat ich... Mareike. Rügelig Superkraft. Hm, Superkraft. So zart als Welthascher. Äh... Zeit? 1,50, 51, 52, er ist gleich vorbei. Scheiße. Ah, fuck Minecraft. Wird nicht muscheln. Warum denn nicht? Was ist denn daran falsch? Hallo? Das ist falsch. Manche stecken vielleicht schon was in die Muscheln rein. Ja, das will ich sehen. Mädchen kleine? Ne. Ne, ein Muscheln nicht, ist er das auch nicht. Minis-Metro. Da darf's Muscheln sein. Mini-Metro gibt's in Let's Play of Philips und Metro gibt's auch. Metro hat wohl nicht gereicht. Mini kann, wenn wir jetzt bei Mini sind. Was ist denn eine Miene? Achso, Miene. So, mit EF. 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 Messe-Rom. Messe-Rom. Komplimente-Left. Mensch, siehst du gut aus. Moomam. Wird da über shrouding nach mir ver aske Meckerlitz schreiben. Moomam-Rückplatz? Ne, es ist Umusă. was ist denn Mec-D? Ich wollt Mecdon Д? Aber Moomam-Less Slate bleibt das. Ne, ich wollt Mecdon D ISN SHRIM. Philipp Was? Murmum lässt dich stehen oder was? Murmum Was ist denn daran falsch? Was ist denn das? Oh ne, die waren auch anders geschrieben Nein, die Murmum sind so eine religiöse Gruppe Ja, ich weiß Christliche Splittergruppe ist das Aber die waren Murmumum geschrieben mit N am Ende Tut mir leid Der Omen, der bleibt auf Krampf ernst Milch Spiegel MCD Mit den Russen verhandeln Du bist doch schon Welthascher Warum musst du denn mit den Russen verhandeln? Das ist alles schon vorbei Weißkörner schälen, das ist geil Mit den Körner trotzdem verhandeln Mit den Russen verhandeln Nee Nee, komm, ich lasse es schälen Zählt nächste Kunde Motor an Ach, Philipp Ah Mähen Ja, draußen mähen Du musst jeden Tag machen Ja, gut, stell Eigentlich raus und so, weißt du Oh, fuck ey Ich muss machen, wo der Übelzeit aufsteht Ich auch Philipp auch Klo, K Ach ne, wenn er Muscheln ablehnt, lädt er das bestimmt auch ab Wolltest du denn schreiben, Kroketten? Eigentlich Kartoffeln Ich beschreib's trotzdem Kannst du Kartoffeln Nippe schreiben Wenn man was sagen Damn, Spiele mit K K Kultus-Dreck Wollt mir doch noch scheiße, mir fällt schon mal kaum was ein Ja, ich schreib's Ja, ich schreib's Spiele mit K? Was geht die Spiele mit K? Okay Game sind Spiele mit K Wer weiß nicht, ob ich auf Steam guck'n aber... Weg! Zeit um oder fertig? Zeit um! Gut! Klopapier ziehen! Das ist denn Karate jetzt schon? Ja obwohl, vielleicht gibt's ja Mädels die auf Karate stehen Ja weil... Es gibt bestimmt welche die auf Muscheln stehen, ne Counter-Strike fehlt zu Fall Katana? Weißt du was? Ne, ne Katana? Der war aber leider über Held geschrieben Ne Krasser Typ Knorke Knorke Ux Eh Na cool X Wenn du nur 1 Gramm davon hast, ist das wohl Kuck oder irgendwas Hahahaha Der war noch nie vor Lager, oooh was ist denn mit dem Schuhger hier Hahahaha 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 Der war römischer Kaiser Wurde eigentlich mit C geschrieben Hahahaha Hahahaha Na wenigstens ehrlich Hahahaha Der... Der Kartoffel fehlt ja noch was Hahahaha Klopapier herstellen ist sehr sinnvoll Hahahaha 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 Was sagt du denn gegen mich? Hahahaha 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 Aber Kondome oft boosten kann auch jeder von ihnen Hahahaha Also das ist eigentlich sinnlos, okay Ist Klopapier falsch und Kondome falsch Ist alles falsch Hahahaha Alles falsch Ist doch Klopapier-Verteil, na gut Klopapier-Verteil, na gut Kalkan-Kacken Ne, Kaufen, Klopier-Verteil Kalkan-Kacken Klopapier-Verteil Hahahaha Ja, das ist alles okay Was kaufen Na gut Der letzte Runde, Leute Alles oder nichts Gehe Och, Grätschel. Richtig. Oh, Mann. Ich finde hier wird was mit E endet. Hm. Klasse, komm. Unnötige Suchkraft. Waffen mit G. Manche stehen drauf. Games, spiel mit G. Gamescom halt. Gamescom. Waffen mit G. 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 G. Waffen. Wer weiß. Jaja Nur weil du nicht drauf stehst Giraffen angeln, was soll denn das sein? Hä, was? Eine unnötige Superkraft Was haben wir denn mit unseren Giraffen? Ja Uwe, du bist mal nachher Geh streichen Was? Ein Wort auf Fragezeichen Ja, okay Giraffen rein Groß Schreibung! Damit du alles großschreiben kannst Warum ist denn Gustav Gans noch in der Niervorlage? Nee, guck da mal genau hin Was ist denn ein Giraffenfalsch gewesen? Wolltest du den vielleicht ganz cool finden? Wolltest du den vielleicht ganz cool finden? Wolltest du den Giraffen cool? Großschreibung Garage benutzen ist falsch Warum? Das ist eine Garage Achso, Garage Gockeln So Stetiger Ergebnis Was ist denn... Moment Was ist ein Giraffenzählen falsch? Moment Was ist ein Giraffenzählen? Das ist wirklich Quatsch Hallo, was ist ein Giraffenreiten? Hä? Ergebnisse Ergebnisse Juhu Ich hab mal nach Cheese-Drink gegoogelt Oh, welcher Wunder, ich hab schon wieder verloren Ich hab gewonnen Welcher Wunder Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen Schreibt mal in die Kommentare Ob ihr sowas öfters sehen wollt Bis zum nächsten Mal In der zweiten Folge Ciao